Wir haben ja sogar relativ lange gearbeitet, bis wir ein Ziel für unsere Sessions oder für unsere Arbeit gehabt haben. Das ist richtig und das ist eigentlich auch immer so die Aufgabe am Anfang, wenn ich mit einem Kunden zu arbeiten beginne, einfach mal zu identifizieren, um was geht es denn eigentlich, was ist das Thema, wo wollen wir hin und im Mentalcoaching geht es, das kommt ja aus dem Sportbereich und das kann man sich so vorstellen wie eine Fußballmannschaft, die hat unterschiedliche Trainer. Einer kümmert sich um die Kondition, einer kümmert sich um die Technik und dann gibt es den Head Coach und der schaut, dass alle Bereiche ganz gut abgedeckt sind und dann hat man eben einen Athleten, der braucht vielleicht mehr Konditionstraining, dann wird man mehr in dem Bereich arbeiten und dieses Ziel definieren und ähnlich funktioniert das mit dem Coaching. Man schaut sich praktisch die Lebensbereiche an, was ist die Fragestellung aktuell. In deinem Fall ist es darum gegangen, diese Selbstständigkeit praktisch, wie geht man da um aus dem Angestelltensein, wo alles ganz klar geregelt ist, wo man eigentlich, denke ich ganz gut, weiß, wo geht die Reise hin, wo ist man in einem Jahr. Ja, ist das im Selbstständigensein, ist das ja alles plötzlich vogelfrei. Man muss sich selber überlegen, was möchte ich denn eigentlich machen. Man muss sehr viel Willenskraft da aufbringen, um überhaupt da hinzukommen. Denn Ziele selber mal zu definieren, das ist das eine, aber sie dann eben auch anzugehen und zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht ablenken von dem ganzen Gerausche, das so rundherum ist. Ich lasse mich auch nicht abbringen, wenn jemand mir sagt, du, das ist ja auch Blödsinn, was du davor hast, sondern ich bleibe wirklich da dran und überwinde da alle Hürden. Was mir da einfällt, beziehungsweise ich habe ja auch heute wieder meinen kleinen Schummel- und Briefingzettel mit vorbereitet, ist eins meiner, fast meiner Lieblingszitate, und zwar das ist A goal is a dream with a deadline von Napoleon Hill. Das ist genau diese Grenze, wo man quasi von diesem Traum oder ich möchte mal und irgendwann möchte ich das, kombiniert mit quasi einer Deadline oder irgendeinem Plan oder irgendwas Aufgeschriebenen, dann dazu kommt, dass es ein konkretes Ziel wird, oder? Also wie siehst du das mit dem quasi so Wagen, Träumen und Wünschen und irgendwann und wann ist es ein Ziel und wann, was kann ich dazu tun oder dazu beitragen, dass es wirklich ein verbindliches Ziel wird? Bei Zielen geht es immer darum, dass man ins Tun kommt, oder? Also einfach zu vage zu sagen, ja irgendwann einmal mache ich die Weltreise, ist das eine. Sobald ich dann aber anfange, wirklich zu planen, zu überlegen, wie gehe ich das denn an, da kommt dann was in Bewegung. Und was ganz wichtig ist auf diesem Weg, eben ja früher schon die Willensstärke angesprochen.